Okay, in all den Wettbewerben, die ich mitgemacht habe, habe ich es nie vor der Jury geschafft. Aber ich habe mir gedacht, mein Lego Mini Me kann es ja eigentlich mal schaffen, oder? Jetzt wollen wir mal gucken, wie sie sich macht. I'm about as all fashion as I can be, and I hope you like what you see, so if you're looking at me, you're looking at country. Okay, so zwei haben sich umgedreht. Ja, wie ihr seht, habe ich mir mein eigenes Studio gebaut, mit Kameramännern hier auf drehbaren Stühlen. Weitere Kameras, ferngesteuert natürlich, hier die Antennen. Ja, Musiker, jede Menge Musiker. Wheeler ist auch dabei, und diese Tür, tada. Geht auf. Dahinter sind auch nochmal mehr Sterne. So, und da, ich glaube, der Wettbewerb, wo ich war, Copyright ist, habe ich gedacht, okay, das ist jetzt der Lego Star Competition. So, who knows? I might be the next Lego Star. Tada!